So, da knien wir wieder zu Füßen des gruseligen Tentakel-Totenkopf-Altars, bereit, das mysteriöse Buch in die Hand zu nehmen. Das machen wir jetzt auch, würde ich sagen, oder? Ja, ich verschwinde kurz, ich verkrümel mich. Wir sagen noch, leh, leh, Cthulhu, vertagen und los geht's. Was passiert hier? Sabotiertes Signal. Ich bin wieder auf dem Mars. Ja, du bist einfach nur eingeschlafen. Das war alles nur ein Traum. Ja, es war alles nur ein Traum. Mach dir keine Sorgen. Muss ich irgendwas Außendruckmäßiges noch machen? Nö, wa? Dann let's go! Da ist ein Mond. Müssen wir da wieder hoch, oder wat? Na gut. Hier waren wir schon, ne? Äh... Wat? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm, 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 Ziele. Die Schüssel erreichen. Aber ich kenne den Code nicht mehr. Weiß ich leider gerade nicht. Habe ich eine? Ne. Äh, 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 ökologisches Messfahrzeug. Behandlung, Motorfilfunktion. Kein Strom. Ja, schon klar. Okay. Muss ich irgendwo ein... ...Ladegrätschen finden? Hier ist doch Licht an. Hier muss doch irgendwo... ...Strom sein. Kann ich von meinem Ding die Stromzelle nehmen? Weiß ich gar nicht. Laufen einfach rum. Kann ich einfach rumlaufen? Ich glaube nicht, oder? Sagt er auch bestimmt. Ne, ne, geht nicht. Freundchen. Nicht einfach so auf dem Mars rumlaufen. Irgendwo ist doch eine Alpha-Wand. Das ist jetzt noch nicht. Schon mal nicht erwartet. Vielleicht kommt er einfach. Aha. Okay. Was? Das muss ich probieren. Was passiert, wenn ich weitergehe? An diesen Abkommen. War das, weil ich weggegangen bin? Warum macht er diese Handbewegung? Oh. Oh. Dann springe ich lieber. You died. Ja. Kann ich ja nix für. Ist jetzt nicht meine Schuld. Schreibe mich nie an. Declin. 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 Calm still down. Kein Strom. Ja, ja, schon klar. Einzige, was ich sehe, ist hier. Da könnte ich reingehen, aber ich weiß halt den Code nicht. X.1.2. Heißt das schon irgendwas? Hm. Hm. Ich muss hier durch. Aber dafür brauche ich Strom. Okay. Das ist doch das Einzige hier. Ich gucke mal in meiner Karre. Das ist das hier, wenn ich Tag mitnehme. Energiezellen. Aha. Ist mir schon klar. Ich weiß noch nicht, wo ich die Battery herkriege. Kann ich hier irgendwie... ...müsste ich den Code wissen? Können die doch nicht erwarten. Das ist ein paar Tage her, dass ich das das letzte Mal gespielt habe. Wow. Die offene Tür geht nochmal auf. Was mit dir, Anhänger? Ja, ja. Ich verstehe schon. Warte, warte. Hier. Pin. 7, 3, 5, 7, wa? Ah, danke. Hier steht's halt einfach an der Pinnwand. Listen, 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 listen. Oh, Jesus. This is crazy. Who would even write all this? Ja, echt? Listing. Irgendwann zwischendurch ist Listing. Okay. Okay. Okay, das reicht schon. Kann ich das jetzt wieder rausnehmen? Wieso fährt es dann runter? Ah. Ich wollte nur Ressourcen sparen. Okay, erstmal hier gucken. Wunderschöne Aussicht. Wunderschön. Okay. Tut's weg? Ein bisschen. Geht noch, geht noch. Alles cool. Das sah relativ locker aus. Jetzt brauche ich sie nämlich, ne? Wenn es ein Traum gewesen wäre, dann warum ist meine Schmerz noch warm? Tja. Psychologie und so. Okay. Einen Stack von Rocken. Okay. Das, aber? Declin ist entweder wirklich Angst oder jemand... Ich weiß nicht. Let's just hope he has too much time on his hands. Ja. Lass uns lieber das hoffen. Aber du und ich wissen ja alle, dass das nicht der Fall ist. Wir hätten damit rechnen können. Oh. Missed. Missed. Ich weiß, ich weiß immer noch nicht, ob die Anziehungskraft auf dem Mars höher oder weniger als auf der Erde ist. Weißt du das? Die Schwerkraft? Ich glaube mehr. Du glaubst mehr? Also wer hier irgendwo runterfällt, glaube ich eher nicht. Aber... Ist auch nur Spekulatius. Auf den großen bin ich ziemlich sicher, dass es so ist, dass die größer ist. Aber Mars ist ja eigentlich kleiner als die Erde. Naja. Wollen wir jetzt nicht unsere Zuhörer hier mit gefährlichem Halbwissen voll labern. Ihr könnt es ja einfach googeln. Oder eine andere nicht so verbrecherische Plattform nutzen. Okay. Also hier drinnen passiert doch auf jeden Fall was. Kann ich hier noch einfach auflassen. Declin. 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 Where are you? Was sagst du? Don't freak out. Just find out where he is. Okay. Also nicht mehr. Okay. Also, wir haben es rausgefunden. Zwei Drittel geringer. Oh, hier ist alles voll geschrieben. Sorry, Declin. Ich wusste nicht, wie schlimm es war. Er kann nicht hier allein bleiben. Er braucht Hilfe. Tja, die Hilfe kommt glaube ich zu spät. Lieber schon. Äh, da. Das hier hat mir Dad gegeben. Wir hatten diese kleine Kiste für persönliche Gegenstände, die wir vor dem Start versiegeln konnten. Fast hätte ich sie zurückgelassen, aber manchmal hilft sie mir beim Schreiben. Keine Ahnung, warum mir das Lügen so schwer fällt. Mein Dad und meine Schwester denken immer noch, dass ich mit mir bei Klimastudien in der Antarktis den Arsch abfriere. Ich weiß nichts von fantastischen Abenteuern, liebster Vater. Aber gestern habe ich geträumt, ich wäre bei einer dieser Tanzshows. Meine Partnerin war Catherine Hepburn. Und wir haben gewonnen, obwohl sie eindeutig tot war. Aber es war großartig. Dann bin ich aufgewacht, habe sechs Stunden lang irgendwelche Zahlen aus dem Weltraum notiert und ein winziges Loch in 17 Steine gebohrt. Nur mit einer verstärkten Glasscheibe zwischen mir und dem Tod. Das Leben hier auf dem Mars ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Ah ja. Nächste Seite. Äh. Moment. Achso, kann ich... Muss ich die wirklich einzeln anklicken? Alles klar. Das müssen meine gälischen Wurzeln sein. Ich habe Kairns gebaut. Ach, sind wahrscheinlich diese Steinhaufen da. Ich bin früher viel gewandert. Irgendwann haben mich die kleinen Steinhaufen am Wegesrand genervt. Als wollten die Leute sagen, ich war hier, ich habe feinmotorische Fähigkeiten, seht mich an. Der Vorteil von Wanderung auf dem Mars ist der Umstand, dass man in einem menschenleeren Ödland keine Spuren hinterlassen kann. Irgendwann habe ich bei Außeneinsätzen damit angefangen, aus einigen losen Steinen Kairns zu bauen. Mein kleiner Zen-Garten, das Stapeln der Steine, hat sich gut angefühlt. Neuerdings bewegen sich die Steine allerdings. Oh. Ich habe meine Theorie überprüft. Wäre noch verdammt unwissenschaftlich. Ich habe einen neuen Stapel aus den besten, unberührten, staubigen Steinen aufgerichtet, die ich auf dem Mars finden konnte. Und einen Tag gewartet. Sie sind nicht runtergefallen. Nein. Das wäre zu einfach gewesen. In einem Stapel hat sich genau ein Stein bewegt. Allerdings nicht der oberste, sondern ein Mittelstein. Ein Mittelstein ist von diesem Stapel zum anderen gewandert. Keine Handschuhsspur. Nichts. Nur zwei verschissene Marssteine, die mitten in der Nacht die Plätze getauscht haben. Warum schreibe ich das? Ja, das weiß ich auch nicht. Wenn ein Mensch ertrinkt, verkrampft seine Kehle, damit kein Wasser in seine Lungen kommt. Allerdings auch keine Luft. Der Reflex ist so stark, dass man mit offenem Mund über der Wasseroberfläche treiben, aber dennoch nicht atmen könnte. Man ertrinkt also nicht, weil man unter Wasser ist. Man ertränkt sich selbst. Stecken Sie sich mal eine Nadel in das Gewebe zwischen Ihren Zehen. Klingt schrecklich. Als würden Ihre natürlichen Reflexe einsetzen. Dabei ist es genau umgekehrt. Die Emotionen kreisen. Die Depression schlägt einem mit voller Wucht ins Gesicht und ihr Verstand fängt an, all das zu begründen, indem er ein paar Chemikalien ausschüttet. Sie sind eine schwache Stimme, die versucht, diese Monstrosität zu kontrollieren. Das ist nahezu unmöglich. Und so wird dieser natürliche Reflex, sich selbst so brutal und gezielt zu verletzen, alles. Also ertrinken Sie darin. Herr im Himmel, meine Hand zittert. Ich denke, heute Nacht schlafe ich in der Basis. Hier muss ich mal... Hier muss hier mal raus. Hier muss hier mal raus. Was schreibt er da? Gotta get out of here for a bit. Ich muss hier mal raus. Rechtschreibfehler. Oh, er hat wohl die Frau gesehen. Ich habe nicht gut geschlafen. Was für eine Untertreibung. Manchmal weiß ich nicht, ob ich wach bin oder träume. Die Zahlen kommen immer noch rein. Langsam ergeben die Nachrichten einen Sinn. Zeit in der Basis zu verbringen, nützt nichts. Es ist ziemlich mühsam, mir jeden Tag Gründe auszudenken, warum ich einen Rover brauche. Ich habe nur ab und an Halluzinationen, Leute. Kein Grund zur Sorge. Wenn ihr mich am Abend gegen 6 abholen könntet, bevor die Flashbacks losgehen, das wäre dufte. Vielleicht baue ich noch einen Kairn... Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Damit die Hexe mit den Steinen spielen kann. Toller Zeit vertreibt. Ich wünschte, ich hätte eine Liege und eine Margarita. Ich könnte meinen beginnenden Wahnsinn auch genießen. Mhm. Heute habe ich die Hexe gesehen. Ich zittere immer noch. Als ich aus dem Fenster sah, stand da meine Schwester auf der Klippe. Meine Schwester. Sie stand splitternackt im Nichts des Mars. Würgend. Ihre Augen traten aus dem Schädel wie bei einem Goldfisch auf dem Trockenen. Hätte mich fast umgebracht, als ich meinen Anzug angeworfen habe. Ich gehe nach draußen. Ich laufe, stolpere über die Hindernisse. Stattdessen steht dort eine bleiche Person mit tiefschwarzem Haar, die ihren Blick über die endlosen Dünen schweifen lässt. Als sie sich zu mir umwendet, ist sie nicht meine Schwester. Wo ihr Gesicht sein müsste, ist ein tiefes schwarzes Loch mit einem zu einem Lächeln verzogenen grauen Schlitz. Ich spüre den Geschmack von Sandkörnern in meinem offenen Mund und kann plötzlich nicht mehr atmen. Während sie langsam näher kommt, schlage ich mir mit der Faust auf die Brust, um atmen zu können. Tentakel aus Schwärze züngeln aus dem endlosen Nichts ihres Schädels. Ich versinke in der Wüste. Sie versucht mich unter den Sand zu ziehen. Ich wache nach Luft dringend auf. So leicht gebe ich nicht auf. Niemals. Hier schreibt er noch Fuck this. Warum wird das nicht übersetzt? Verdammt normal. Naja. Legen wir es mal weg. Hallo? Hallo? Spannende Schriftzeichen hier. Tja. Tja, tja, tja. Tagespunkt total. 13.07.2063. Leichte Fluktuationen in Anlagerotationen während Kalibrierung. Laut Diagnose der Selbstreinigungssysteme Filteraustausch erforderlich. Geringfügiger Energieabfall in nicht kritischen Systemen. Grundsolaranlage. Generatorleistung bei 94,7. Außeneinsatz zum kürzlichen Felssturz an schwerem Transport auf Zug 2b. Erwartet Dauer der Räumung und Überprüfung ca. 3 Tage. 8.39. Notfallprotokoll. Irgendwas stimmt mit der Schüssel nicht. Kurzschluss im Transformator. Ohne Vorwarnung. Plötzlich flogen während der Übertragung die Funken. Klar, es gab einen Sandsturm, aber einen solchen Blackout hatten wir noch nie. Schaltkreise gegrillt und ich sitze hier rum. Musste die Backup-Generatoren und Server manuell neu starten. Die eigentlich automatisch hätten anspringen müssen. Keine Ahnung. Neue Aufgabe, schätze ich. Transformatoren vorübergehend umleiten. Scan mit Biomessgerät durchführen. Soliden Schüssel manuell kalibrieren. Wo steckt Shane? An alle Mitarbeiter aufgrund des jüngsten Sandsturms hat eine Servo-Fehlfunktion zu einem mehrstündigen Ausfall der Kommunikationssysteme geführt. Backup-Server wurden aktiviert und fungieren ab sofort als primäres Kommunikationsnetzwerk, allerdings mit einer deutlich geringeren Signalstärke und Reichweite. Chef-Ingenieur Shane Newhart wurde über den Schal informiert und wird diesen zeitnah beheben. Rechner mit Biomessgerät. Danke für Ihr Verständnis. Management. Letztes Kommunikationsprotokoll. Okay. Bla, bla, bla. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Alles klar. Notiz für Shane. Shane, wo bist du? Wenn du das hier siehst, sind wir auf dem Rückweg zur Basis. Wir haben gewartet, aber du warst nicht da. Ich bin bei Josie und Lucas. Wir bringen den Rover zurück. Wir hatten eine Sekunde keinen Kontakt. Dann waren die... Wir hatten eine Sekunde... Eine Sekunden... Moment. Einige Sekunden oder eine Sekunde. Was auch immer. Keinen Kontakt. Dann waren die Koordinaten deines Rovers weg. Und der Satellit hat durchgedreht. Keine Ahnung, ob das verdammte... Der verdammte Sandsturm war. Ist auch egal. Komm zur Basis zurück. Meld dich bei uns. Egal, was du machen kannst. Ich hoffe, du siehst das hier, Declin. Okay. Muss ich dieses Strom-Ding mitnehmen? Okay. Muss ich dieses Strom-Ding mitnehmen? Ich soll hier noch hoch auf jeden Fall. Will ich da hoch? Weiß ich nicht so genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Glaubt ihr das war die... Das Raumschiff? Ich laufe erst eine Runde. Boah, ich finde es so geil, wenn jetzt so ein riesen Viech da über die Berge laufen würde. Das finde ich cool. Nein, will ich eigentlich gar nicht. Na egal, jetzt ist der Helm aus. Was soll schon passieren? Hätte ich jetzt von draußen den blöden... Ne. Ah, das ist ein Plastik. Definitiv ein Schwerter im System. Ich muss einen Weg finden, um die Reroute auf die Nodaten zurückzulegen. Aber was sind denn die kaputten... Jetzt ist alles gut. Was habe ich jetzt angemacht? Computer, okay. Acht Hinweis. Naher zu warten. Dann fängt alles von vorne an. Ein wunderschöner neuer Tag auf dem Mars. Erinnerung. Orokey garantiert heraus, dass ich gegen die Verschlüsselungsregeln verstoße, aber ich kann mir die ständig wechselnden Codes einfach nicht merken. Codename. Unsere ruhmreichen Anführerplaudertasche. Ausstand. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was er damit sagen will. Biomissgerät. 85% oder höher gehalten. werden, alles klar. Codename 140,61. Das merke ich mir mal. 140,61. Den Rest merke ich mir mal nicht. Okay, okay. Was ist jetzt an? Das. Oh Gott. Ich muss auf 9 kommen, okay. Okay, also quasi. 3, 6. 1, 1, wahrscheinlich. Wie meint das jetzt? Wie kontaktiere ich die Basis? St. Hier. Hier. Ich bin. Hier. Wie meint das jetzt? Ich bin hier. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Lächst du mal einmal rum Okay. Okay, 79% ist das höchste, oder was? Okay, ich muss noch mal gucken. Ah, nur kurz wieder den Strom. Was war das? Plaudertasche? Basis, okay, also Plaudertasche ist minus 158,43, alles klar. Okay. Oh, okay. 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 Das war's. 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 Das war's.